herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte im thüringen hier bekämpft das unkraut vor sich maßnahme wenn das klappt das fertig ist wird auch gleich gedüngt aber das dauert noch eine weile so gut des weiteren wird noch die auswärts durchgeführt das wird ja nur aufspannend weil die erste die saaten zu ende geht aufgrund der tatsache dass wir zwei kurse komponiert haben müsste er im grunde gleich alleine zum auffüllen fahren da ich nicht ganz sicher bin dass es auch klappt werden wir das überwachen das wäre nämlich saublöd nicht klappen würde dann müssten wir es alleine machen aber hier ist nicht so tragisch hier kann man genau sehen wo hat er aufgehört hat halt noch nicht ausgesehen kann man hier alle kennen dann nicht weiß jetzt schauen wir jetzt geht das zusammen klappen also der fett schon mal los ist gut die gestrige folge war wir sind sehr lang ich habe die zeit nicht geguckt ich habe hier so ein timer das läuft muss man nur nehmen selbst schuld haben wir halt nicht gemacht können wir ein bisschen schneller fahren lassen am ruf am acker wenn der kreis umfällt ich hoffe dass es nicht zum weh gesteht das ist haarscharf gewehen das ist wirklich wirklich ganz eng ja gut was heißt das auf gut deutsch wir müssten den einen versetzen machen wir gleich so gehen wir hier mal raus garage verkaufen zurück diversers das mache ich deswegen gleich wieder weil ungefähr wissen will wo es vorgestanden hat das macht die sache ein bisschen leichter weil da an der kurs geht er vorbei irgendwann das wohl immer wieder hier wird schwierig ich weiß nicht genau aber das aber durchfährt kollision nicht da der geht rein das ist gut auf hätte auch durch sagt klappt auch was positives mit objekt was im weg stand haben gelöst umgesetzt kostet nicht so viel wenn er halt ein bisschen eng problem können wir lösen bäume füllen aber jetzt laufen wir ein bisschen wenn der hatte ist für traktor ein bisschen so dann kam unser motorsiegel diverses gerätschaften das sind maschinen das heißt lausige säge brauchen wir kettensägen ja gleich mal drehen gehört dir aber die grünen gar nicht freuen aber das mir hat sich weniger vorsicht nicht erschlagen es ist vorbei Und da kann man ihn nicht mehr, da kann man ihn nicht mehr Dann gehen wir da noch weg. Dann gehen wir da noch weg. So, der ist ja fast weg, ne? So, der ist ja fast weg. So, der ist ja fast weg. So, der muss ja irgendwo durchgehen. So, der ist ja fast weg. Oh, will they? Oh, will they do not do that? Do not do that, do not do that Und dann kontrollieren wir hier. Ich boh. ach so wer schön man ja gut da muss ich nicht nacharbeiten mit dem gerät ist am großen wendekreis das kann doch mit dauern na gut später ist ja der herr immer ein bisschen länger wir müssen mal ein bisschen das stück von romen hänger aufwerfen können er kann sich gehen da liegt ja nichts auf kein kran mit radlader können die versuch da kann probieren aufladen verscheuern entsorgen so Vielen Dank. Das Zartgut müsste auch nicht ausreichen normalerweise. Rüste. Jetzt knall ich mal so drauf. Oh, er lädt sogar auf. Aber halt nicht alles, weil das Grünzeug... Das Grünzeug macht er nicht. Ja, aber dann auch da. Okay. Okay. So, meine Freundschaft, das soll es für heute gewesen sein. Pünktlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen gleich weiter. Dann sage ich mal, tschüss und winke winke. Und ich hoffe, ihr wiedersehen zur nächsten Folge. Tschaui.